Yo, Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Paladins. Uh, jetzt kommen auch mal mehrere Parts, jedenfalls bei mir. Denn bei kleinen Evo, der mit dabei ist, kommen irgendwie sehr viele Paladins-Parts. Wie viel Part bist du jetzt eigentlich schon? Ich glaube, das hier müsste Part 130 werden. Wow. Wäre das bei mir vielleicht gerade mal Parts... ...vier oder fünf oder sogar wenig? Ich weiß es nicht ganz genau. Das seht ihr ja dann, wie viel Depart das einfach ist. Da ich das bei mir ja immer im Wechsel mache. Joa, ist doch kein Problem. Solange du jetzt gut spielst, ist alles gut. Ich muss mal irgendwann mal wieder Plaggink mal aufnehmen. Entweder Duell oder Koop. Da muss ich noch jemanden finden, den ich hatte ja schon. Oh. Die Leute, die alle angekündigt haben, da hat sich bis jetzt keiner mehr gemeldet. Tja. Du weißt, es haben sich damals viele gemeldet. Hm, ich glaube, sieben oder acht waren es, die gesagt haben. Ja. Und bis jetzt hatte ich nur Bebo und dich. Oh mein Gott. Nimmst du Amy. Hatte die sich gemeldet? Die hat, ich habe mit Amy schon mal einmal so privat gespielt gehabt, das weiß ich. So. Oh. Hä? Äh, was machst du hier auf dem Spot? Fragezeichen. Müsst dabei sein einfach. Du möchtest auch mal wo zugehören. Ach, ich hasse... So, verreckt dran. Verreckt dran, Schlampe. Nein. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er wohl gesagt. So. Was machst du denn jetzt? Ach komm, lass das sein, du Drecksack. Heulen, das mache ich. So. Heulen, das ist nicht, wie ich schon heule. Heul doch. Wird es dich jetzt besser? Ja. Jetzt fühle ich mich gut. Ich habe ein kleines Mädchen zum Weinen gebracht. Danach geht es mir immer besser. Leck mich, du Wichser. Oh, was ist das schön. Alter, wer hat mich denn da gekillt? Das ist so. Und zack. Ich mache keinen Kill mehr. Das gefällt mir nicht. Ich mache auch keine Kills. Nein, 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 blöde Kombo, blöde Kombo, blöde Kombo. Danke. Blöde Kombo, blöde Kombo, blöde Kombo. So, Kill gemacht. Ich werde hier gerade hochgehoben, hallo? Ja, ja, das ist der. Was ist der? Hier der, der da. Ach, wie heißt er denn? Das ist der neue Char. Ich weiß. Die haben einen reingebracht? Ja, Genos. Die machen das, die, die aktualisieren und bringen mit neuen Chars, so wie auch bei OBE. Okay. Äh. Die haben so Doomfist reingebracht gehabt, letztens. Keine Ahnung. Also irgendwie, jedes, jedes zweite Update ist ein neuer Char. Ja, es ist schon der nächste Char angekündigt. Hörst du auf, mich hochzuheben? Danke. Der ist mega nervig, der Typ. Der ist wirklich mega nervig. Weil es ist ja cool, dass, wenn man solche Updates bringt, weil das macht es dann auch wieder richtig schön interessant. Ne, macht es nicht. Das ist das Problem. Also viele der Chars, die sind halt für zwei, drei Updates richtig hart OP. Und dann spielt sie wieder kein Schwein. Ach, das ist ja gut. Wie viele Chars hat Pelle? Ähm. Ich würde sagen, so zwischen 20 bis 30. Oh, da hat Overwatch weniger. Und da, gut, da werden auch einige nicht so aktiv gespielt, aber trotzdem. Ja, gut, also ich sag mal, aktiv werden die wenigsten gespielt. Entschuldige, dass ich das damit ein bisschen vergleiche, aber dadurch, dass ich das ja auch spielen muss, dass wir ein bisschen vergleichen, weißt du? Ist klar. Zack. Was ist mir mein Kill geklaut? Also, Moment, den hab ich ja wohl mal mega runtergeschwächt. Also, ich hab... Den hab ich mit runtergeschwächt. Ja, 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 komm. Komm, aber die... Guck meinen Arsch! Also, ich sag mal so, die Kinesa hat, äh, 1000... Ne, 2100, wenn ich mich richtig erinnere. Außer, die haben wieder was gedreht. Äh. Ich sag mal so, ich hab der dreimal, äh, meine Kugel verpasst. 650 je Schuss. Das sind... 1950. Ich hab aber auch mit reingeschossen. So ist es nicht... Oh. Ja gut, du machst aber auch, glaub ich, pro Treffer nur 47. Keine Ahnung. Drückst die Kader und weißt es. Das zweite von links. Feuer, äh, nur ein Schuss ab, der 130 Schaden verursacht. Ja. Du wolltest Victor schlechter machen als Ace, merkst du das? Äh, das kommt ja auch drauf an, wo du, äh, den Schad treffst. Also, ein Headshot, äh, ziel... Er kriegt natürlich... ...mehr Damage. Hab ich mit draufgeschossen, du Arsch! Äh, ist mir egal. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich hab den Kill confirmed. Ja, haut erstmal den Stevie kaputt. Genau. Hört auf, Sammel! Und dann zieh ich den Schild hoch. Sobald du tot bist. Ich schätze mal nur Ulti. Ja, und? Witziger ist es, wenn du stirbst. Nein! Hör auf, mich zu killen! Hab doch geholfen. Also, witzig. Jawoll. Wieder eingenommen. Äh, du kannst hier sogar, äh, den Kommentator verändern. Den hab ich ja, hab ich ja. Ich hab hier ja nicht den Standard drin. Sondern? Ja, du hast nur einen eigentlich frei. Den anderen kaufst du für, äh, ein Gold. Ja, dann hab ich den. Wow, du hast dir was gegönnt. Für ein Gold? Ja, die anderen kannst du ja nicht. Dafür brauchst du ja, äh, äh... Kristalle, richtig. Ich will die Eevee haben. Entweder per Cash, oder du, äh, loggst dich sechs Tage in Folge ein. Das schaff ich nie. Das schaff ich nie. Ich hab das mal vorgehabt, dann hab ich's aber nach zwei Tagen schon wieder vergeigt. Okay, ich bin bei einer, äh, bei einer Zwölfer Eliminierungsstreak und einer Siebener Killer. Äh, Killingstreak. Wie sieht's bei dir aus? Herr Damager? Warte, bitte. So, äh... 13 Eliminierung, 5 Tode, 2 Tode, Stöße, beste Strähne 3. Äh, Moment. Nee, das ist ja nicht die Streak. Ich hab jetzt nur das gerade eben. Ja, ja, du hast das auf Tab vorgelesen. Ist mir schon klar. Okay, wir haben gewonnen. Nur noch die Kineser. Arschlecken. Weg. Weg. Nee, ich mach eine Folge. Und wer hat, äh, wer hat mal wieder den MVP gemacht? Ich wollt's nur mal sagen. Das ist ein knapp 8, 9 Minuten Platz. Ja, und? Das ist halt so. Zack. Oh, guck mal wie sie da ankamen. Da, die Kineser gesnackt. Bämms. Bämms. Hast du, äh, passiert das bei jemandem nicht, dass du nicht auf den MVP hast? Ja. Meistens lade ich sogar die hoch, wo ich das nicht bin. Oh. Da darfst du den nicht hochladen. Spaß. Ach, kannst du, wieso öffnet sich das? Also, ich möchte mal kurz anmerken. Ich hatte im Team einen Bug, einen Victor, einen Meldamba und einen, äh, den Neuen und bin trotzdem der beste Damager im ganzen Team mit Abstand. Boah, super. Ich bin als Tank, hab ich fast das Doppelte von deinem Schaden, wo du Damager bist. Ich hab dich gekriegt, Alter, Mann. Ah. Vor allem, ich hab die meisten Kills. Ich hab, äh, die mei-, äh, die zweitmeisten Assists. Naja, eigentlich drittmeisten zusammen mit Meldamba. Und ich bin am zweitwenigsten gestorben. Und hab den höchsten Damage. Und die höchste Zielzeit. Gut, Leute, das haben wir jetzt mal eben geklärt. Äh, okay, äh, wenn man mit kleinen Evo spielt, gewinnt man, glaub ich, scheinbar immer. Äh, das, wenn ihr die Siegesrunden von ihm sehen wollt, Link zu ihm ist natürlich bei mir unten in der Videobeschreibung. Und wenn's euch nämlich auch soweit gefallen hat, dann lasst doch jeweils eine kleine Bewertung da, auch wenn der Part diesmal sehr kurz ist, jedenfalls zu meinem Kanalverhältnis. Bei dir weiß ich das ja nicht so ganz genau. Ach, easy. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Ciao, ciao.